wird dadurch natürlich das klassische Bild von Mann und Frau, also die ursprüngliche Ordnung, aufgeweicht. Nun wird manch einer einwerfen, dass das ein Einzelfall ist. Wenn man aber die Filmindustrie mal genauer betrachtet, wird man feststellen, dass dieses Bild vom schwachen Mann und der starken Frau immer öfter auftaucht. Man schaue sich nun mal den aktuellen Ghostbusters-Film an. Also ich meine natürlich nicht, dass man ihn sich tatsächlich anschauen soll, sondern ihn nur als Beispiel für meine Behauptung hernehmen soll. Oder man vergleiche nun mal die alten Bond-Filme mit den neuen Bond-Filmen. Die alten Bond-Filme waren nach dem Muster harter, selbstgefälliger Macho-Man und Betthäschen aufgebaut. Die heutigen Bond-Filme sind nach dem Muster zerrissener, verkorkster Mann und femme fatale aufgebaut. Übrigens argumentiere ich hier ein Stück weit gegen meine eigenen Ansichten. Casino Royale war der einzige Bond-Film, der mir gefallen hat, weil ich erstens eher auf geheimnisvolle Frauen als auf Betthäschen stehe und ich zweitens eher der Feinfühligeren als der Haut-drauf-Macho-Mentalität zugeneigt bin. Auch wenn einem das gefällt, sollte man solche Filme immer mit der notwendigen Distanz betrachten. In unserer technisierten, dekadenten Welt ist es einfach so zu denken. Nur sollte man wissen, was man sich langfristig damit einkauft. Einen Mann, der sich langfristig gesehen unterordnet und als Beschützer entsorgt werden kann. Denn wenn die Frau permanent aufgewertet wird, findet automatisch eine Abwertung des Mannes statt. Neben der Feminisierung des Mannes findet auch eine Endkultivierung statt. Allein über diese Endkultivierung könnte man auch wieder ewig referieren. Um es kurz zu machen, anstatt dass man den Menschen und insbesondere den Männern die Wahrheit erzählt, also dass sie Angehörige einer großen Kulturnation sind, die es zu bewahren gilt, wird permanent Gülle über genau diese Kulturnation ausgeschüttet. Überall im Westen läuft das gleiche Spiel. Die Augen werden auf die negativen Seiten der Geschichte gelenkt, während große Helden, Dichter, Denker, Wissenschaftler usw. durch den Dreck entzogen werden. In Großbritannien, Frankreich oder den USA werden die jungen Gehirne mit der bösen Kolonialgeschichte und der bösen Sklaverei zugeschissen, während man das Volk in Deutschland permanent durch Hitler und den Nationalsozialismus auf den Boden drückt, ihm also das kulturelle Selbstvertrauen nimmt. Wie wird dieser feminisierte und kulturlose Mann ohne Selbstvertrauen nun reagieren, wenn seine Frau beispielsweise von einem Migranten beleidigt wird? Richtig. Bessut Özil ist ein Arschloch! Das ist kein originaler Türke! Das ist kein Türke! Echt! Ohne Schall! Ich bin hier in Deutschland! Ja, Deutschland! Er fügt deutsche Flogen auf! Ja, das ist Migration! In einem normalen Land hätte man diesen Kulturbereicherer auf der körperlichen Ebene zurechtgewiesen oder ihn zumindest verbal attackiert. Stattdessen lassen sich die deutschen Männer von diesen Affen auf der Nase herumtanzen und lachen diesen Dreck einfach weg. Es gibt überhaupt keine Selbstachtung mehr, kein Selbstvertrauen, kein Ehrgefühl. Durch die Entkultivierung und durch die Feminisierung hat man den Deutschen die Abwehrkräfte geraubt, ihm also die mentalen Waffen aus der Hand geschlagen. Nun lässt man das krasse Gegenteil millionenfach ins Land einwandern. Eine Gesellschaft, die patriarchalisch aufgebaut ist, in der die Frau nichts zu sagen hat. In der der Mann den Ton angibt. Eine frauenverachtende Gesellschaft, die es so nicht mal im Ansatz und zu keiner Zeit in Deutschland gegeben hat. Auch ist es eine Gesellschaft, die sich ihrer Kultur ganz genau bewusst ist. Also das komplette Gegenteil von dem, was wir hier im Westen vorfinden. Übrigens kann man allein an diesem Punkt die ganze Heuchelei und Niederträglichkeit der linken Gutmenschen erfassen. Was sie bei westlichen Männern unter keinen Umständen und auch nicht mal im Ansatz akzeptieren würden, Oh, Stoff tut gut. wird bei Fremdländischen als kulturelle Eigenart betrachtet und als Bereicherung begriffen. Wie sieht das Gegenstück zu den herangezüchteten, verkorksten Persönlichkeiten aus, also das Ideal, was nach Höherem strebt, statt sich nur dem Konsum und der kurzweiligen Lustbefriedigung hinzugeben? Leider wurden wir heute schon mit so viel Müll gefüttert, dass uns der folgende Ausschnitt aus einem meiner Lieblingsfilme als so real erscheint. Die Welt, die Welt, was wisst ihr all, wie es aussieht, wie sich ihr Wind in meiner Seele macht, ihre Schreckung, sie ihr Zauber und ihre Verlust, eine lügige Verbreche, eine tiefe, unstillbare Sehnsucht nach Glück, nach Liebe, nach Gerechtigkeit. All das lebt in mir und will wieder zur Welt sprechen. Das ist mein Ideal. Dieses Ideal kann meiner Meinung nach nur dann erreicht werden, wenn man ein starkes Urvertrauen hat. Alter, Alter, wenn das dein Ideal ist, Alter, Langer, wenn das dein Ideal ist, warum sehe ich das und höre ich das denn nicht bei dir? Warum nicht? Warum sehe ich das und höre ich das denn nicht bei dir? Warum bist du kein Dichter? Warum bist du auch nur so ein Güllestreuer? Warum streust du auch nur Gülle? Ich möchte singen. Wirklich, ich möchte singen. Weil ich, weil mich, weil mich das, weil mich das, ich möchte singen. Und nicht nur reden. Und dann reden. Reden. Singen. Ich will singen. Ich möchte singen. Ich möchte den Friedrich nochmal hören. Das war so schön, was er gesagt hat. Das war so schön. Und das, was du gesagt hast, das war nicht schön. Und das, was dir Friedrich gesagt hat, das war schön. Leider wurden wir heute schon mit so viel Müll gefüttert. Dein Müll. Das ist so schrecklich, dass ich mir das so füllen kann. Ich habe heute Nikotin konsumiert. Ich habe Nikotin konsumiert. Ja, aber nur, weil ich gegen mich anders. Ja. Und da brauchte ich auch ganz viel. Das brauchte ich auch ganz viel Sauscher. Damit ich... Damit es mir wieder besser geht. Und jetzt willst du den Friedrich... Das ist der folgende Ausschnitt aus einem meiner Lieblings... Ja, den Friedrich. Der stiftet doch Frieden. Der ist reich an Frieden. Und ich mag die Katharina. Und ich mag auch die Anna. Und ich mag auch die Nelly. Denn das ist Naomi. Das ist eine Tochter. Und das ist eine Engel. Und die drei verstehen sich gut. Genauso wie die Nina. Mit ihrer Mami und mit ihrer Tochter. Und die Okosma Shiva. Und die... Und die... Die Mama. Ich weiß nicht mehr, wie sie ist. Und wo? Na? Und heute... Und heute... Und heute, meine liebe Kirsten. Ja? Du? Heute? Kirsten Hans hat ein neues Foto hinzugefügt. Innernacht 4. 24.12. Nimm die Fragen mit in die heilige Nacht. Fragen rund um deine Kraft. Deine Kreation für den April. Den Wetter an dir. Bin ich mutig? Bin ich ein Krieger? Eine Kriegerin? Wofür brenne ich? Wofür kämpfe ich? Und gestern Abend habe ich schon angefangen anzuhören. Ja? Dein gelistetes, dein anlistetes, dein anlistetes. Die feministische Massenvernichtungswaffe. Ja, das ist ein heiliges Thema. Das ist mein Thema. Das gehört mir. Das ist mein Thema. Das gehört nur mir allein. Und den Frauen. Weil es ist feministisch. Und du als Typ, ja? Du kannst dir doch gar nichts dazu sagen. Das geht doch gar nicht. Du bist doch gar kein Mädchen. Oder eine Frau. Oder eine Mami. Oder eine Oma. Bist du nicht. Du kannst doch gar nicht drüber sprechen. Verstehst du? Du kannst gerne weiter den Daniel Krieg gut finden. Oder den Friedrich. Ja bitte. Bitte. Bitte lange. Mach doch ein Video mit dem Friedrich. Mit irgendwelchen alten schönen Schwarz-Weiß-Filmen. Mit dem Friedrich drin. Oder mit irgendwelchen anderen. Aber das ist schön. Das ist Schwarz-Weiß. Ich merke Schwarz-Weiß. Ja, und jetzt höre ich mir den Friedrich nochmal an. Wenn du endlich fertig bist mit deinem Gülle streuen. Ja? Das Filme als surreal erscheinen. Surreal. 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 Wann schneidet ein Jahrzehnt nicht mehr zusammen und macht mir ein Lied aus mir. Die Welt. Die Welt. Was wisst ihr all, wie die aussieht? Wie sich ihr Bild in meiner Seele macht? Ihre Schrecknisse, ihren Zauber und ihre Verlust. Wer lüge, ihr Verbrechen. Wer tiefe, unstillbare Sehnsucht nach Glück. Nach Liebe, nach Gerechtigkeit. Und das liegt in mir. Und will wieder zur Welt sprechen. Das ist mein Ideal. Ja. Darf ich Musik machen? Ich muss manipulieren. Weil du, du bist so nicht erträglich für mich. Hier wurde gestern wieder viel gebächert. Beziehungsweise geschmückt. Knückel. Knückel. Knückel, du Langer, du. Ja? Ich wohne ja mit einem Kotzen zusammen. Ich bin größer als der. Wusstet ihr das schon? Ich bin 1,78 Meter. Und der sagt, der ist 1,74 Meter. Ich glaube, der ist kleiner als Don Cruz. Na, na, na. Deshalb kann der nämlich auch nicht normal barfuß laufen. Deshalb muss der immer auf dem Bein laufen. Und glaubt ihr, dass das Beinlaufen ihn ein bisschen sanfter an seinen Tritten macht? Nö, nö, nö. Morgens, wenn ich da hinten libe und noch die Augen zu habe. Ja, und der wumm, 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 wumm. Äh, das hat sich doch nicht verändert. Aber es ist nicht mehr so schlimm wie jetzt früher, ne? Ja, und derjenige weiß, wovon ich spreche. Mit wem ich spreche. Falls er denn die Zeit findet, mir endlich mal, endlich mal Ruhe zu leihen. Ne? Ich bin doch eine, die hat viel, 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 viel geschrieben. Ja, 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 ja. Ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ihr seht das doch schon, die ganze Zeit ist immer Wippe. Ich bin doch immer schon im Takt. Es geht immer sieben, die haben spät, die haben so ein Kühle, die haben streit. Ja, 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 ja. Dieses Ideal kann meiner Meinung nach nur dann erreicht werden, wenn man ein starkes Urvertrauen hat. Dieses Urvertrauen wiederum wird dann erreicht, wenn man einen starken Rückhalt hat. Ja, 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 ja Mein Lieblingsbruder, mein Lieblingsbruder, mein Lieblingsbruder, mein König, mein König, vor ihm reichtcentered mit meinem König, meinem König, meinem König, vor ihm reicht mit meiner Ersatzmami und vielleicht mit meiner Ersatzmami und vielleicht mit meiner Ersatzmami und vielleicht mit meiner Ersatzmami denn, denn es gibt eine Ente und diese eine Ente die wurde gebracht am Ende von des Königs Eltern ja, ja ja, ja ja, 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 ja Arte väterliche und eine weiche mütterliche Ente Eine harte väterliche und eine weiche mütterliche Eine harte väterliche und eine weiche mütterliche Eine harte väterliche und eine weiche mütterliche Wo ist denn die Feder? Wo ist denn die weiche Feder? Ich weiß, wo die weiche Feder ist Eine weiche väterliche Eine weiche Federliche und eine strengere Mütterliche. Ja, 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 ja. Ziehung genossen hat, wenn man sich einen auf alle Facetten des Lebens vorbereitet, wenn man stolz auf sich selbst... Ja, ja, Mann, 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 Ja, 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 Ja. guck mal wiederum mit stolz auf seine Eltern und... Mann, Mann, Stolz, Stolz, Mann, Mann, Stolz, Stolz, banda ... Schöne, 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 Schöne. Schöne, 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 Schöne. Schöne, 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 Schöne. Schöne, 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 Schöne. Schöne, 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 Schöne. Schöne, 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 Schöne. 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 und sein umfeld auf sein volk da dies ja erst die eigene persönlichkeit geformt hat Persona, Persona, Personales Persona Persona, 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 Personales Persona, Persona Persona, Persona, Persona Übersetzung als Nomen, als Nomen, als Nomen bei Frakt Cäsar Person, Maske, Rolle, Larve Person, Maske, Rolle, Larve Persona, Nomen, Femininum, Femininum, Grundform Persona, Person, Maske, Rolle, Larve Personalis, Personalis, Personale Personalis, Persönlich, Persönlich, Persönlich Personare, Personare, Personare Durchtönen Per, durch und Sonare Wollte ich nämlich auch gleich nochmal gucken Ich hab das nämlich Per und durch und Son Ah, gehen wir gleich runter Sonare Und schon Radio, muss ich auch noch wissen, was Radio heißt Mache ich jetzt gleich gucken Mache ich lass' mir so duокar Ch Kraft Woʜ na are Swyda Uh Blue Subpo Sub兩 Sonis Son 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 Sonar Töna Sonar Töna Um Lauten But Sonar Und Pär Also hatten wir doch gerade zusammengesetzt Durchtönen Persuno Durchtönen Per Ja, ich glaube schon. Naja, und dann Personatus. Personatus, Adjektiv. Maskiot verkleidet. Personatus. Durch. Personatus. Personatus. Maskiot verkleidet. Personare. Herr Cäsar, der sagt ja das. Nun, passt so genau. Passt so noch. Passt so noch. Gucken wir mal Venus und gucken wir mal kaputt. Es gibt nicht viele Worte mit K im Lateinisch und im Französisch auch nicht. Aber die, die siebt, die sind gut. Kaputt. Wollen wir mal zusammen gucken, was kaputt hat. Machen wir gleich mal. Das sind ja schon mal hier. Immer schon mal am Ton. Kaputt. Muss ich nicht freuen. Kaputt. K-A-P-U-T. Kaputt. Wirkliche Ehre. Kaputt. Nomen. Neutron. I-Deklination. Grundform. Wirkliche Ehre. Kaputt. Hauptperson. Kaputt. Hauptsache. Kaputt. Hauptsitz. Kaputt. Kapital. Kaputt. Kopf. Kaputt. Leben. Kaputt. Mensch. Kaputt. Spitze. Kaputt. Stück. Kaputt. Alles kaputt. Alles kaputt. Kaputt. Ich kann hier leider nicht rumräutlichen. Vergehe ich mal hier. Eröffne ich ihn. Kapittes. Kapitti. Kapitte. Kaputt. Kapitte. 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 Kapitippus. Kapitapitippus. Kapitacapitibus. Kapitacapitum. Kapitium. Genitiv. Gibt es zweimal. Kapitum und Kapitium. Da steckt das Kapital drin. Schwa? No. Und Kopf. Und der Bürger ist ein Ehre. Und der Hauptperson. Hauptsache. Hauptsitz. 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 Enorm. Ja? Deshalb gibt es so wenige Worte mit K im Lateinischen. Weil diese einzelnen Worte haben eine enorme Bedeutung. Aber wir gucken doch mal ein. Das heißt, ja? Guck mal, bei Kapitularium. Kapitulation, ne? Guck mal, Kapitularium. Binorm. Neutrum. Ultiklinien. Zum Grund. Form. Kopfsteuer. Wahlabgab. Wahlsteuer. Ja. Das ist geil, der hat's. Ja, lange. Daraus ergibt sich, dass man darum bemüht ist, diese Kultur zu bewahren. Sie... Ich hab heute hier wieder eine dicke Bocke. Schon wieder ein bisschen geschwollen hier unten. Ich hatte ja auch vor zwei Tagen nur den Ausmännern. Das ist schon mal los. Aber drei Tage, ne? Ich bin ja. Es wird auch ein bisschen geschwollen. Du, da unten nicht wirklich. Ich kenne das. Mein Körper weiß Bescheid. Ich kenne das mittlerweile. Alles gut, alles schön. Sie weiterzutragen, sie weiterzuentwickeln... Äh, das ist eine Affe. Ich muss mir Musik machen. Kaputt, kaputt, kaputt. ...und einen Geisteszustand zu schaffen, der im Ansatz den Himmel auf Erden verwirklichen könnte. Der Übermensch wird geboren. Frei von Neid, Hass, Habsucht. Übermensch. Über hinaus ist es doch... Über... Ne, überhin... Was war ein über hinaus? Übermitten, wir gehen noch mal, Ditcherich, du! Frei von Selbstzweifeln, von Niederzweifeln. Man mag ja von der Religion halten, was man will. Ich denke... Oh, superbia. Habgier, avaritia. Stimmt das alles? Avaritia. A... Was ist alle Worte? Und woher ist es runter? In V... A... A... Achsreihe. Avarita, avaritia. Geiz, Habgier, Habsucht. Es ist schon wieder zwei Übersetzungen ausgeschlagen worden. Da steht nämlich nur... Habgier, Volus, Luxuria. Lux, so ist Licht. Luxuria. Labarum, labarum. Was heißt labare? Labi, labarum, labare. Schwanken, wanken, labern. Pfff. Jawoll. Das... Pfff. Das übrigens ein... Pfff. 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 Irgendes Ventil aus dem Reifen holst. Pfff. 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 Weißt du? P und F. Pfff. 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 L. Lux. Muss man wieder eins runterhauen. Myra, Lungs, Myricum, Myrum. Lyra. Lyrum. Lyric? Lyric? Lyricus. Möchte, dass du ein Lyricus wirst, Herr Schüller? Herr Friedrich Langer, Schüller. Lyric. Lyricus. Sei doch mal Lyric. Sei doch mal ein Lyricus, Herr Langer. Sei doch nicht mal Herr Langer, sondern Herr Lyricus. Das würde mich sehr erfreuen. Dann würden nämlich auch mehr Damen, mehr Damen der Schöpfung Ihnen ein Urlauschen schenken, Lyricus. 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 Ja? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich finde, es ist wichtig, dass Sie sich als, Sie sollten sich um eine Diplomaterin bemühen, ja? Eine, die vermittelt zwischen der einen Seite und der anderen Seite. Denn Sie sind sehr, sehr einseitig unterwegs. Sie reden immer nur von Mann, 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 Mann. Ja, 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 ich habe Ihnen das, glaube ich, schon mehrmals zu denken gegeben. Zumindest in meinem Kopf habe ich mich schon öfter mit Ihnen auseinandergesetzt. Ja, Mann. Ich weiß doch, dass der Wolfgang auch nicht uninteressiert an Ihrem Ergüssen hier zu sein scheint. Nicht wahr? Und da gibt es dann, der Grund, warum ich mit dem Wolfgang damals zusammentraf hier im Jenseits im Internet bei YouTube war ja der Grund wegen seiner, seiner Einstellung und Ansichten über männlich und weiblich. Das fand ich schön, dass da jemand, der sich über diese ganzen wirtschaftlichen Sachen im Kopf macht, das wie du jetzt auch, dass der auch mal das weibliche und das männliche Thema mit berücksichtigt. Denn ich bin der Meinung, dass das das Urproblem ist. Nicht wahr? Weil wenn zwei sich streiten, dann freut sich ein Dritter. Das wissen wir doch. Und ein Herrscher, das wissen sie doch auch. Aber das bezieht immer genau auf die Beziehung zwischen meiner und Frau, beziehungsweise zwischen Mutter und Tochter oder Kind und Opa oder sonst. So, Tier und Mensch und Pflanze und Natur und Mensch. Und dann habe ich das Gefühl, dass der Mensch das isoliert ist, dass der Wesen hier ist. Ich möchte dann kein Mensch mehr sein. Ich habe da keine Lust mehr zu. Der Mensch wird immer so schlecht dargestellt. Wenn ich mich dann als Mensch dazusehe, dann habe ich keine Leute. Ich kriege jetzt Besuch von meinem Bruder. Ich habe kein Vito. Ich habe kein Vito. Ich habe kein Vito. Nein, muss nicht leise sein. Nein. Ich wollte dir nur mitteilen, dass die Kamera läuft. Ja, nein. Es ist ja richtig zugegeben. Muss nicht leise sein. Du kannst keine Informationen machen. Nee, du musst nicht leise sein. Wo sitzt du? Auf der größten Couch. Wo sitz ich? Du sitzt auf der größten Couch. Ach so, nee. Wo sitzt du? Was ist das? Was ist das? Es gibt günstig Essen. Also postenlos. 15 Uhr. 15 Uhr. 15 Uhr. 15 Uhr. 15 Uhr. Wo ist jetzt gerade Mittagessen? Ich habe nicht. Von 12 Uhr bis um 1 Uhr. Wollen wir? Aber mit Fleisch. Wollen wir also nicht. Ich nicht. Nee, ich bin auch so, dass du gar nicht so viel essen mag. Aber irgendwas Essbares ist hier. Ich habe noch gar nichts gegessen heute. Irgendwo ein Brötchen rumliegen, oder? Irgendwas. Wollen wir schon bleiben? Die Brötchen müsstest du die, glaube ich, aufbacken? Die findest du in der... Ja, ich werde vor, was finde ich. In der Truhe. In der roten Truhe in der Mitte. Was willst du denn? In der Truhe? Ja. Da unten? Oder oben? Aber ist raus und veregelt. Da muss ich ja nur noch schnell in den Ofen gehen. Das ist ja jetzt... Ich muss sie jetzt nicht aufbacken. Hätten wir Reelser offen, oder? Du, whatever you like. Dann hole ich schnell ein paar Brötchen. Jetzt gleich mal die Brötchen wieder. Ist so gut. Auf jeden Fall ist das Handy für mich eigentlich unmaubbar. Das, was sie mir geschickt hat. Das kann kein Hotspot. Das kann kein Hotspot. Aber ansonsten ist es nahe wie neu. Aber das ist eigentlich... Also, jetzt schicken wir jetzt doch keinen Fall. Ich hätte es nicht bezahlen müssen. Ich bin jetzt 14% oder immer. Ich denke schon, die Beine weh. Seit Tagen... Was hast du denn gemeint mit, ob ich breit bin? Ob ich schon wieder so breit bin? Nein, weil das Foto so breit gestreckt war. Du sagst, dass es jetzt doppelt so breit gab. Das Format ist auch nicht gestört. Nein, ich dachte, du meinst, nein, nein, ich habe Durchsatzschluss. Aber ich werde Dienstag zum Arzt gehen. Das ist auf jeden Fall... Weil ich mit dem Zeug nicht hinfange. Ich muss Dienstag zum Arzt. Und dann werde ich wieder reinfahren müssen. Jeden Tag so blöd wie es ist. Aber es ist besser als so weitermachen. Das kommt ja auch nicht. Ich bin zu fett, um meine Schuhe zuzumachen. Ich bin zu fett, um meine Schuhe zuzumachen. Das ist schön. Deshalb traf ich keine, dann habe ich gar keine Gelegenheit. Ich bin zu fett, um meine Schuhe zuzumachen, ja. Ja, ich bin zu fett, um meine Schuhe zuzumachen. Ja, Bitter Barat wollen jeden Tag, ja. Es ist laufend. Ich dachte immer, ich guck mich nicht mehr... Vor allem so hinterlässt, ich darum weiß doch genau, dass Lotte war. Und hier klopft, was heißt klopft? Springt eine Katze gegen die Tür. Die Tür geht auf, also Katze rein Drehen wir in die Kippe, zwei Minuten später Also Katze läuft so rum am Tisch, trinkt was, runter auf den Pelz Da dachte ich mir noch, na, dann räumst du lieber weg Dann dachte ich mir, ach, wird so ein Geschmack Katze sitzt auf den Pelz, steht auf und will wieder zur Tür Dann dachte ich mir, naja, bevor ich wieder einschläft, ist dann nochmal aufstehen, wo es lässt sich lieber raus Vorhin wollte ich mich anziehen, so will ich mir Fütze drauf haben Aber nur auf dem Leder, das kann so weggenommen Mag die jetzt den Pelz nicht oder mich nicht? Vielleicht denkt sie sich, es ist doch günstiger, keinen Pelz zu tragen Naja, aber ein Anpisten ist ein eindeutiges Zeichen, ja Dafür, dass ich so Wüttere finde ich, ist ganz schön unverschillend eigentlich Die Katze ist ganz anders, sie strickt, die hat ganz andere Funktionen in so einer Familie Na, 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 bis bald, bis bald Die Latte, die Latte, die Latte, die Latte Die Latte, Güla, Füllerei, Zorn, Ira Boah, jetzt muss ich jetzt alles nachgucken, ob das alles stimmt Und ich wurde bei Lux, 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 Lux... Was war das, was war's? Die filmiku, Lux, Lux, Luxu, Luxria Lux, Lux, Luxu, Lux, Luxuria Äh, ja, Luxuriare Genussucht-Lux, Verschwendung-Überfluss Das wird hier dargestellt als Wolllust. Das stimmt nicht, das ist falsch. Zumindest sagt Cäsar das, das steht bei Luxuria. Genusssucht, Luxus, Verschwendung und Überfluss. Und Wolllust steht da nicht. NVIDIA, unsichtbar. Oder NVIDIA? NVIDIA. NVIDIA. N... 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 Quatsik mit Topel-M? Im Mourmoura. Im Mourmoura. Das ist ein Julen-Word. Das ist ein Verbe. Im Mourmoura. Hineinmourmen. Mourn, sous Mour. Im Mourmoura. Im Mourmoura. Im Mourmoura. Im Mourmoura. Mourmoura. Schön. I. 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 NVIDIA. I. 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 Boah, langweilig. I. 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 Neid, die politische Gegnerschaft, Feindschaft, Hassgefühl, Misskunst, Unbeliebtheit, Neid, die sieben Todsünden, ach so, ne, Trägheit, äh, ja und, ne, 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 ich hab ein Fehler gefunden, das stimmt du nicht, was du hier schreibst. Immer nur Morata. Darüber hinaus besitzt der Übermensch auch einen Überschuss an Lebenskraft und Willen zur Macht, was ihn zu besonderer Selbstbeherrschung und Selbstentfaltung befehlt. Er stellt somit eine radikale Lebensbejahrung als Gegenentwurf zum Nihilismus dar. Der Übermensch gilt deshalb als Überwinder des Nihilismus. Er ist der Schöpfer neuer, produktiverer Werte, die er aus sich selbst bezieht, um sie anstelle, der durch den Nihilismus zuvor zu stürzen, beziehungsweise von lenken, transzendenten Werte, ich verstehe keinen Wort, das ist so langweilig, was du hier erzählst. Wir leben nicht in Zeiten, in denen der Übermensch als Ideal angepriesen wird. Wir leben in Zeiten, in denen der Nihilist, also derjenige, der alle Werte verneint, angepriesen wird. Vielleicht sollten wir die mal hinterfragen, diese Werte, einfach hinterfragen, jene Werte, einfach hinterfragen, jene Werte. Eine meiner Regeln, wenn die Jungen reden, haben die halt eine Klaube zu halten, das reimt sich jetzt zwar nicht, aber es ist wichtig. Dazu muss man sich nur mal den Erfolg von Filmen wie Fuck You Goethe an. Hab ich leider noch nicht gesehen, guck ich mir bald mal an. Wir werden durch so einen Trash zu degenerierten... Hat der da ein gewisses Tattoo auf der linken, auf der rechten Brust, eier Krass. Das ist ja sowas wie ein... Das ist auch so ein Zwerch, der Typ, der... Der... Der gehör an, wie er hier ist. Steht da nicht mehr. Halbaffen erzogen, die den Sinn für das Schöne, das Starke, das Höhere vollkommen verloren haben. Das Schöne... Und das Schöne, und das Starke, und das Starke, und das Höhere. Hört mir hin, wenn ich von oben zu euch hinab süße. Es gibt ein Flüßlein und ein Örtlein in Deutschland, das nennt sich Süße. Ja? Süße. Das ist nämlich Schweins... Schweinskopf... Süße, die ihr aus euch... Unerfindlichen Gründen jedes Mal zu euch hinvordringt. Wenn ihr es am wenigsten erwartetet... Wir haben jetzt noch eine Minute und acht Sekunden Zeit. Entweder wir kämpfen, entwickeln also wieder ein Bewusstsein für uns. Rüdiger Lenz, nicht Kampfprinzip. Ja, ist ein Freund von mir bei Facebook, der Rüdiger Lenz. So ist auch so ein Ersatzpapi für mich. Unsere Kultur und Identität, Kultur. Die Kultur, die Kultuhr, die Kultuhr, die Kultuhr, Kultur, 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 Kultur. Kultur, 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 Kultur. Liebe, 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 Liebe Das ist der Wunsch bei Peter. Oh ja, 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 unbedingt, Unterstützung, Unterstützung, PayPal, TM, ah, Frank heißt der Langer, Patreon, Frank Langer, Iban, Bic, bitte unterstützt mich, wenn euch meine Arbeit gefällt, Bibel, bestellt was ihr wollt, aber bestellt es bitte hier, das hilft mir weiter und kostet euch keinen Cent mehr, Amazon, hm, 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 das ist aber kein Qualitätsjournalismus, was du hier machst, 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 machst. Kein Qualitätsjournalismus, kein Qualitätsjournalismus, kein Qualitätsjournalismus, kein Schwalischwulität, killed Blah Probyter. Remember, it's only black and white. Vielen Dank.